Meine Damen und Herren, Ottmar der Alte Grieche, Ottmar Rehagel, der neue Nationaltrainer Griechenlands, begrüßt Sie. Ich bin zum ersten Mal in meiner Karriere Nationaltrainer. Ich könnte mir jetzt hier erstmal einen Kader zusammenstellen, aber wie sind denn hier überhaupt die Termine? Freundschaftsspiele, muss ich die erstmal ansetzen oder... Am 15.10. können wir eins vereinbaren, da wähle ich einfach mal als Gegner. Kann ich da frei wählen? Montenegro, Kongo, England. Okay, man hat nur die drei zur Auswahl. Dann starten wir doch einfach mal mit dem Knaller hier, Football's Coming Home gegen England. Und dann an Heiligabend ein Spiel gegen Jamaika, können wir ordentlich einen durchziehen. Und dann am 28.01. spielen wir gegen Nigeria. So, die Spiele letztlich einfach mal an. Es war ja gerade sowieso erst Weltmeisterschaft, dann wird wahrscheinlich irgendwann die EM-Quali kommen, oder? Einbürgerungsgespräche. Ich kann jetzt erstmal den KFC Uerdingen hier griechisch machen, oder wie? So, ähm... Ja, wir müssen uns auf die Saison vorbereiten. Also, Nationalmannschaft werde ich dann erst im Oktober haben. Wir müssen unbedingt die Champions-League-Quali natürlich erfolgreich bestreiten. Auch mit griechischem Schwerpunkt gegen Ares Thessaloniki. Ich muss zum ersten Mal in meiner Karriere in die Champions League. Ja, in meinem Alter hier noch ein Novum nach dem anderen. Dann machen wir auch einfach mal ein Trainingslager. In Griechenland ist hier gar keine Option. Gehen wir einfach mal in die Kapraten, ins Waldhotel, nein. Naja, das ist mir zu spartanisch. Wir gehen jetzt einfach mal zu den tibetanischen Mönchen hier. Hier, meine lieben Damen und Herren. So, ein Hallenturnier im Sommer machen wir auch. Gegen Düsseldorf, Viktoria, Köln, Magdeburg, Berliner AK, Haiger, HSV 2, Uerdingen und Augsburg. Nein, nein. So, Freundschaftsspiel gegen die Lieben. Und ein Freundschaftsspiel international. Eins fest natürlich auch direkt. Es soll mit guter Laune für Jung und Alt beginnen. Deswegen machen wir jetzt auch einen Jugendtag. Tag der offenen Tür. Italienisch essen gehen. Direkt nach dem Spiel ging alles rum. Können wir uns noch ein paar kulinarische Tipps abholen und ein Verbandsfest. Und danach geht es nach Tibet. Das ist am Plan. Kader technisch müssen wir gucken. Vier Torhüter. Svanberg, Strisu, Stanisavlevic, Uitzalo. Der ist noch zu jung und noch zu grünschnäbelig. Der wird ausgeliehen. Er ist ein großes Talent. Deswegen ohne Kaufoption. Große Talent hätte ich gerne zurück. Wir haben einige Abwertungen bekommen. Sind aber dennoch ziemlich stark. Khedira. Für ihn kommt das wahrscheinlich auch noch zu früh. Mittleres Talent. Ihn leihen wir dann aus. Er hat einen auslaufenden Vertrag. Kommen, den verlängern wir da mal. Wir ziehen die Option. Er ist ja noch so jung. Da möchte ich ihn jetzt nicht einfach hier schon einfach so ziehen lassen. Aber mit Kaufoption tun wir ihn mal auf die Leihliste. Rechten Mittelfeldspieler werden wir brauchen. Maximovic. Der ist schon fast kadertauglich. Wir werden ja auch auf drei Hochzeiten tanzen. Auch wenn die erste Runde im DFB-Pokal mal wieder maximal schwer hier ausgelost wurde gegen Eintracht Frankfurt. Das ist das zweitschwerste Los, was überhaupt möglich gewesen wäre. Aber wir brauchen dann natürlich auch einen Kader in der Breite. Aber ich denke, wir sind auch so schon jetzt in der Breite ziemlich gut aufgestellt. Für Leute wie Maximovic sehe ich da jetzt auch trotz seiner Verbesserung, seiner Aufwertung wenig Chancen. Er hat einen auslaufenden Vertrag. Ich würde ihn dennoch erstmal noch behalten. Auch hier die Option für ein Jahr erstmal ziehen und noch einmal ausleihen. Möchte er nicht. Wenn er das nicht möchte, dann kann er auch gleich, obwohl wir haben ja nur einen Sechser sonst. Ich behalte ihn dann erstmal. Und wir gucken mal. So, Schaschenko behalte ich auch erstmal. Den jungen Djae behalte ich aber erstmal nicht. Der ist ein mittleres Talent. Der geht auf die Leihliste. Er ist nicht bereit. Und wenn er nicht bereit ist, dann geht er auf die Transferliste. Ich kann jetzt hier nicht jeden behalten. Und der Maximovic ist zumindest schon näher dran am Kader. Ach komm, ich tue ihn auch erstmal auf die Transferliste. Das heißt ja nicht nur, weil wir ihn auf die Liste setzen, dass er auch direkt jemanden findet. So, der Wertheinen ist hingegen, genau wie der Stanisławic, zu einem vollwertigen Kader-Mitglied aufgestiegen. Mit einem rechten Mittelfeldspieler bräuchte ich noch möglichst einen starken. Und dann hätten wir den Kader eigentlich schon beisammeln. Jugendspieler, okay, das sind jetzt keine Interessanten. Wir können auch durchaus Geld ausgeben. Wir haben hier über 84 Millionen auf der Haben-Seite. Jetzt schon über 33 Millionen Gewinn gemacht und die Tickets noch gar nicht verkauft. Der Mann des Volkes hat ja hier die Ticketpreise auch nicht erhöht. So, finanziell sorgenfrei hier im Ruhrpott. Dennoch sollten wir auch bedacht sein, Schnäppchen zu machen. Sparen lernt man von den Leuten, die Geld haben, nicht von den Armen. So, deswegen wollen wir jetzt auch weiterhin hier die Schnäppchen suchen. Ja, Zappa, das ist noch der, geht noch am ehesten als Schnäppchen durch, weil er 13,7 Millionen Euro ablöst. Aber er ist mehr als das doppelte Wert. Den fragen wir einfach mal. Er ist eine Kämpfer-Natur, ein deutscher Spielmacher. 28 Jahre, rechtes Mittelfeld, großes Talent. Guter Name auch. Hat mal bei Schalke gespielt. Kommt von Nürnberg, zwei ursprünglich. Kann auch gut Spielmacher sein. Den fragen wir einfach mal. Und dann wäre unser Kader eigentlich schon beisammen. Man muss ja auch darauf achten, dass man es nicht übertreibt mit der Kaderbreite. Sondertraining, da kann der Swanberg erstmal raus. Da kann eigentlich erstmal, da können alle raus. Das sind ja alles Vollprofis hier. Die kommen in einem sehr guten Fitnesszustand aus der Sommerpause. Die haben nicht nur Burger und Las Vegas gemacht. Die sind topfrisch, aber auch konditionell. Ja gut, konditionell ist es nicht perfekt, aber ganz gut. Dennoch wird jetzt hier hart die Kondition trainiert. Auch hier sonst fast alles perfekt. Nur die, ja, also die machen das hier ganz vorbildlich. Aber ja, man giert ja auch noch immer nach mehr. Das war das gut. Wir hatten eine erfolgreiche Saison, aber man möchte immer noch mehr. Den Titel gab es ja nicht. Und da haben wir jetzt durchaus hier einen perfekten Anreiz, in dieser Saison auch wirklich mal Titel zu holen. Ich wähle bewusst den Plural. So, Torschusstraining, Torwarttraining. Das Saisonziel wurde ja auch offiziell hochgeschraubt. Und das heißt ja nicht, dass ich mich hier unter Druck setzen lassen muss. Ich habe noch über, ja, ich habe noch knapp zwei Jahre Vertrag. Ich habe jetzt auch noch einen zweiten Job hier neben Gig. Da kann ich das jetzt ganz entspannt angehen. Keine Verletzten. Allerdings ist Simon immer noch vier Spiele gesperrt. Wir führen Einzelgespräche mit diversen Persönlichkeiten hier. Ja, die meisten Leute kenne ich ja. Es sind zwei Leute gegangen. Ein paar junge Leute sind gekommen. Inwiefern die jetzt hier bleiben. Aber gut, das gehört auch immer dazu, dass man ein, zumindest ein paar junge Leute hier auch mit durchzieht. Ähm, ja, gucken wir mal. Zappa. Dem kann man durchaus da ein Millionengehalt mehr bieten. Die Ausstiegsklausel nehmen wir aber raus. 28 im besten Alter. Ich denke, er ist so ungefähr auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit in dem Alter angekommen. Ist man ja in der Regel meistens. Aber da kann er auch noch gute vier, fünf Jahre spielen mindestens. Wenn nicht noch mehr. Das Angebot überzeugt ihn noch nicht so. Dann bieten wir ihm auch über zwei Millionen. Ich meine, der Wirt hat auch nicht so oft gespielt. Aber dennoch, wir brauchen... Gerade wenn wir jetzt hier auf vielen Hochzeiten tanzen wollen, brauchen wir da noch Alternativen. Man muss ja auch flexibel sein können. Verletzungen und Sperren werden kommen. So, eine halbe Million Handgeld. Und da ist er überzeugt und würde gerne kommen. Das Vereinsfest war in voller Erfolg. Die Stimmung hat sich verbessert. So, ein Lob hier, ein Lob da. Der Joker Königscher war das auch noch am Start. Wir haben das Halbtonier selbst gewonnen. Mord zehn Buden gemacht. Nebenbei hat er im Kasten Hansa getrunken. 330.000 Euro eingenommen. Wir haben in der Gruppenphase alle Spieler gewonnen gegen Düsseldorf. 8 zu 2 gegen Viktoria und auch gegen Magdeburg gewonnen. Im Halbfinale 10 zu 0 gegen HSV 2 gewonnen. Und dann auch Düsseldorf im Finale nochmal besiegt. Und Oerdingen hat Platz 3 geholt. Auch schön da nochmal ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Der HSV 2 hat Platz 4 geholt. Düsseldorf Platz 2. So, beim Jugendtag ist kein Talent besonders aufgefallen. UI Cup. Ja, wir müssen auch nachsitzen quasi, wenn wir in die Champions League wollen. Wir müssen die Quali spielen. Und das soll erfolgreich stattfinden. Aber wir sind auf jeden Fall international dabei. Das war ja auch letztes Mal ein langer Auftritt. Im Halbfinale der Euroleague standen wir dann am Ende. Und was jetzt in diesem Jahr das Ziel ist, sollte klar sein. Freiburg spielt 1-1 gegen Kisvarda aus Ungarn. Voss von Paris verpflichtet für über 30 Millionen Euro. Solche Gelder möchte ich eigentlich hier noch nicht ausgeben. So, es spielen jetzt einfach mal die motiviertesten Spieler gegen die Löwen hier. Vor über 6.800 Zuschauern. 1-0 Tahiri, der diesmal auch nicht nur Fußballer des Jahres werden möchte, sondern auch sich die Torjägerkanone holen möchte. Vadi trifft auf. Und Tahiri trifft direkt nochmal. Die Stürmer sind hier direkt bestens drauf. Drei Buden direkt. Wir wechseln komplett durch. Sani Savivic, Nagnon, Hemming. Der Drachmann möchte auch wieder eine größere Rolle spielen in dieser Saison. Hockbu, Dos Santos, Sissoko geht einfach mal in den Sturm. Warum nicht? Einfach mal was ausprobieren hier. Und 1-3. Senneli trifft hier für die Löwen. Ansonsten, ja, nochmal Tahiri das dritte Tor. Kein lupenreiner Hattrick. Steiner mit dem Assist. Gelbe Karte für Kehl Gomez. Und nochmal Tahiri trifft direkt zum vierten. Ja, der zeigt uns direkt, dass er immer noch gierig ist. Hat er die Kanone. Ich weiß ja nicht, ob er schon vorher mal in seiner Karriere die Torjägerkanone geholt hat. Auf jeden Fall zeigt er hier, dass er direkt am Start ist. Auch in Freundschaftsspielen. So ward für über 17 Millionen von Barcelona verpflichtet. Ist ja auch gut, wenn man hier kaum Veränderungen im Kader hat. Ja, vom Kader her war man eigentlich schon gut genug aufgestellt, um auch im Vorjahr die Titel zu holen. Wir werden uns noch das kleine Quäntchen verbessern. Und dafür müssen noch Transfers getätigt werden. So, Kedira hat ein Leihgeschäft gefunden. Und wir sind an Frank Zappa dran. Jetzt kommen natürlich noch die Ticketverkäufe. Haben wir schon mal 4 Millionen Euro eingenommen. Es wurden nämlich schon über 5000 Dauerkarten direkt verkauft. Dann kann man sich auch mal einen Spieler jetzt genehmigen. Wir gucken jetzt noch mal. Wir sollten vielleicht auch mal Direktverträge verlängern. Hat denn alles auslaufende Verträge. Den Striso werde ich auf jeden Fall behalten wollen. Mit dem sprechen wir mal. Leihgeschäfte. Schaschenko. Ja, Schaschenko ist jetzt doch bereit, sich ausleihen zu lassen. Ich weiß aber gar nicht, ob er ein großes Talent... Ja, wir tun ihn einfach mal auf die Leihliste. Wir haben einen Zehner nur, aber wir haben ja auch den Gnagnon. Wir brauchen auch nicht unbedingt immer zwei Zehner. Er wird auch nur ohne Kaufoption ausgeliehen. So, Kedira. Was war denn da überhaupt die Leihgebühr? Ach, wir werden es ja sehen. So, Tag der offenen Tür wird auch anstehen. Einzelgespräche führe ich mal. So, es wird ja relativ früh schon losgehen. Anfang August. Direkt mit einem ganz wichtigen Paarung. So, ins Sondertraining geht jetzt erstmal der Werbdainen und der Mihai. Dann auch der Steiner. Ja, doch, müssen einige jetzt ins Einzeltraining, ins Sondertraining meine ich. Müssen uns ja fitnesstechnisch hier gut einstellen. Der Steiner geht auch einfach mal ins Einzeltraining. So, wir trainieren harte Konditionen. Radfahren. Abseitsfalle. Flanken. Elfmeter. Tackling. Reklamieren. Fußball, Tennis und Zweikampf. Er wird hier trainiert. So, mit dem Striso möchte ich gerne verlängern. Der ist 26. Unser Keeper Nummer 1. Der soll langfristig hier gehalten werden. Vier Jahre plus Option. Biete ich ihm an. Ja, und er verlängert auch ohne zu mohren. Der Tag der offenen Tür war ein großer Erfolg. Es kamen sehr viele Fans. Kedira geht. Da muss er ja im Prinzip gar nicht umziehen. Das ist ja sehr in der Nähe. Marc Simović muss seinen Zivildienst antreten. Er wird sich also nächstes Mal nicht voll auf den Fußball konzentrieren können. Und wir sind an Zappar dran. Das sieht alles gut aus. Aber West Ham United möchte ihn behalten und bietet mehr. Dann müssen wir auch nochmal nachlegen. Dann steigen sie aus. Und er kommt für 13,69 Millionen Euro. Das ist eine der höchsten Transfersummen, die ich seit langem bezahlt habe. Aber wir haben ja gesehen, da knackt mir schon der Stuhl. Und noch der beste, der günstigste, den wir da kriegen können. So, jetzt gegen AS Rom. Wechseln wir einfach mal hier komplett durch. Der Zivi hier, der kann auch eigentlich Zivildienst bei mir machen. Ich bin auch mittlerweile auch in dem Alter, wo ich durchaus mal Unterstützung gebrauchen könnte. Zivildienst bei Ottmar Schulz. Der Zappar kommt direkt zu seinem Debüt. Wird direkt reingeschmissen hier. So, machen wir das. Ah, jetzt ist Rom hier direkt vor über 8.000 Zuschauern. Hätte ich auch eigentlich gedacht, dass mehr Zuschauer hier kommen. Kostasch mit dem 1-0 für die Italiener. Ein bisschen internationalen Flavor hier. Versprühen sie. Und Zalo kommt mal rein. Simon. Magnon. Ogbu. Hemming. Dos Santos. Ein Magnon. Die sind auch gerade erst reingekommen. Spielen wir einfach jetzt mal mit zwei Stürmern nur. Und Jai darf auch mal durchspielen hier. Jetzt hat hier noch was. Es passiert nicht viel. Und ja, Zappar mit seinem Debüt. Wir verlieren allerdings 0 zu 1 gegen die Römer. Zappar. Das steht sogar hier im Fußballmagazin für über 13 Millionen Euro. Verpflichtet. Beim Trainingsspielchen kommt es nach mehreren Rüdenfouls. Der B-Mannschaft zu einem Krach innerhalb des Teams. Die Stimmung sinkt um einen Punkt. Das Essen beim Italiener war auch sehr lecker. Fernsehbilder beweisen, dass ihr Co-Trainer Mike Terranova beim letzten Spiel sich ein kleines Sneakerchen gegönnt hat. Das ist natürlich tödlich für sein Image. Und er verliert einen Trainer. Boah Leute, scheiß drauf, was die Presse sagt. Meine Güte, der Mike ist ein anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sehr viel sehr hart gearbeitet. Dann kann man sich auch mal einen Moment der Ruhe gönnen. Auch wenn das natürlich nicht der perfekte Zeitpunkt war. Aber ich werde ihm da jetzt keinen Vorwurf machen. So, Freiburg gewinnt letztlich mit einem Sieg und einem Remis gegen Kiswada durch. Und spielt jetzt gegen Ross County. Würzburg gegen Danzig. West Ham United, wo wir gerade eingekauft haben. Die sind jetzt auch im UI-Camp dabei. So, ein gelungenes Fest. Viele alte Freundschaften wurden beim Glas erlesen. In Weines erneuert. Man versteht sich einfach, sitzt letztendlich bei aller Konkurrenz doch im gleichen Boot. So, Kedira geht auf Leihbasis nach Münster. Wir verpflichten Alexander Zappa. Ansonsten stehen hier keine Verpflichtungen. Wir haben den Rekord für den teuersten Einkauf eines Spielers verbessert. Das ist jetzt aber mit Sicherheit nicht BVB intern. Beim BVB hat man sich ja schon mal solche Summen ausgegeben, oder? So, 360.000 Euro haben wir für die Leih von Kedira kassiert. Wir haben jetzt in der letzten Woche 11 Millionen Euro Minus gemacht. Haben aber natürlich auch weiterhin Tickets verkauft, Dauerkarten. Haben jetzt schon fast 10.000 Dauerkarten verkauft. Es war jedes Spiel ausverkauft in der vergangenen Saison. Ich glaube auch international, oder? Das kann gerne so bleiben. So, dann bin ich jetzt eigentlich mit dem Kader schon einverstanden. Ich würde vielleicht jetzt, wie gesagt, noch einen ausleihen. Oder den einen oder anderen. Aber Leute kaufen müssen wir eigentlich nicht. Klar, man kann immer noch besser werden. Dann kann man sich einen 12er statten. Einen 11er oder was holen. Aber ich denke, ich arbeite mit den Leuten, die ich kenne. Und wobei, wir haben nur drei Innenverteidiger. Aber dafür haben wir halt das Silber Vertainen. Die können auch Innenverteidigung. Steiner und Udalgi können auch Innenverteidigung. Ich denke, das passt so. Das passt so. Wenn jetzt schwere Verletzungen oder lange Sperren kommen, dann kann man sicher noch reagieren. Wenn der Saisonstart in die Hose geht, kann man sicher auch noch reagieren. Aber ich denke, ich würde jetzt erst mal mit dem Kader so arbeiten. So, dann hier. Sondertraining doch bei einigen. Ist nötig. Das Einzeltraining geht mal Udalgi. Und wir sind jetzt in Tibet. Da wird brutal Kondition trainiert. Einzelgespräche. Die Mönche, die sind wahrscheinlich so ähnlich wie die Droiden. Auch nicht immer so die gesprächigsten. Dann werde ich hier lieber besonders viel sprechen. Ich muss hier noch Einzelgespräche führen. Das ist ja da Silber auch abgewertet. Wurde das schon ärgerlich. Aber er ist ja eh ein Mann, der nicht unbedingt immer zur ersten Elf gehört. Aber auch wichtig, solche Leute im Kader zum. Auch für die Flexibilität, dass man überhaupt Libros hat. Ich denke, der Verteinen, der wird jetzt bald offiziell als Linksverteidiger gelten. Dann haben wir einen guten Kader, einen starken Kader. Und bis Januar kann man ja auch noch reagieren auf etwaige Situationen, wenn es nötig ist. Aber ansonsten dürfen nur elf Leute spielen. Und da haben wir ein großes Potpourri an talentierten Spielern in verschiedenen Altersstufen. So, 2 zu 1 gewinnt Würzburg gegen Danzig. Freiburg gewinnt 5 zu 1 gegen Ross County. Die können das Ticket schon fast lösen. Völlig losgelöst von der Erde. Also Sisoko kriegt ein Lob. Simon kriegt auch ein Lob. Die Mönche schweigen. Aber das können sie gut. So, Würzburg ist mit einem Sieg und einem Remis gegen Gdansk weiter. Freiburg verliert das Rückspiel jetzt aber dennoch weiter. Freiburg spielt jetzt gegen Metz und Würzburg gegen AC Mailand. Große Namen auch hier. Andere Clubs sind auch noch transfertechnisch aktiv. Keine Gespräche stehen mehr an. So, vielleicht doch noch den einen oder anderen. Obwohl ich sehe, wir haben nur einen Linksverteidiger. Aber gut, dafür haben wir ja den Wertheinen. Der gilt ja auch als Linksverteidiger. Dann bleiben wir auch mal so flexibel. So, haben wir jetzt auch einige Leute mehr. Solange wir hier die jungen Leute wie Maximovic, Tschaschenko und Ndiaye noch nicht loswerden. Können wir schon mal wieder einen Vertrag verlängern. Sissoko, der ist schon, den sollten wir auf jeden Fall auch behalten. So, wir haben in der letzten Woche nochmal 2 Millionen Euro eingenommen. Haben schon über 12.000 Dauerkarten verkauft. Hier wieder die meisten sind gut in Form. Ins Einzeltraining geht einfach mal Maximovic. Wir trainieren hart, brutal die Konditionen weiterhin. So, Sondertraining ist jetzt erstmal eigentlich bei keinem mehr nötig. Haben wir ganz gut was draufgepackt. Auf unser Fitnesskonto. Können wir mal gucken, ob alle hier wirklich Aufgaben haben, was so die Fähigkeiten angeht. Ne, eben nicht der Strisu. Da kann man das Fausten nochmal verbessern. Der Stanisariewicz. Kann man ein bisschen seine Reflexe verbessern. Dann der Uitzalu trainiert mal ein bisschen Schnelligkeit. Die anderen haben alle zu tun. Außer der Ndiaye. Der Ndiaye kann einfach mal ein bisschen Schusskraft trainieren. Wenn er sowieso schon Freistöße schießen kann, dann kann man ihn ja generell zu einem Schützen, vielseitigen Schützen ausbilden. Schützenfest können wir auch feiern. So, in Kürze und das Spiel gegen Griechenland, also gegen Ares Thessaloniki. Mit Griechenland werde ich an anderer Stelle in Erscheinung treten. Das ist aber wahrscheinlich erst im Oktober der Fall. So, Sisoko ist 28, ja dann in dem besten Alter sollte man ihn dann auch halten. Auch gerne für vier Jahre plus Option. Ein wichtiger Mann. Im Zentrum der Kreativität. Und er verlängert auch ohne zu murren um vier Jahre. Philopoto mit der Außenbanddehnung. Jetzt kommen hier die ersten Verletzungen. Die erste Verletzung. Lob, 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 Lob. Lob, verdienen sich alle meine Spieler. Gelb, Gelb, Gelb sind alle meine Kleider. Vor allem die, 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 oh, nein, egal. Würzburg 1 zu 1 gegen AC Mailand. Und Freiburg verliert 1 zu 0 gegen Metz. Die Cup und Würzburg gewinnt gegen AC Mailand, setzt sich damit durch. Und Freiburg hat es noch gedreht. Jetzt muss ich die Auswärtstorregel gucken. Scheint aber trotzdem ausgeschieden zu sein, Freiburg. Wegen besagter Auswärtstorregel. So, ein Leihgeschäft für Stadte. Einen Kaufinteressenten gefunden. Ja, bin durchaus gesprächsbreit. Finanziell haben wir es ja nicht unbedingt nötig. Wir müssen jetzt aufpassen. Tessa Loniki ist schon eher auch, so wie Rio Awe, die uns rausgeschmissen haben im Halbfinale. Eher auf deutschem Zweitliganiveau. Wir spielen zuerst auswärts. Wollen da jetzt aber direkt eine gute Grundlage schaffen. Auswärts sind wir sowieso ein bisschen stärker gewesen. Meistens, kurioserweise. Die gelbe Wand hier im Signal Iduna Park hat vielleicht ein bisschen zu sehr Druck ausgeübt. Aber es soll sich natürlich ändern. So, 1,7 Millionen Euro haben wir verloren. Gucken wir jetzt auch nochmal an die Jugendabteilung. Die A-Jugend ist zurück in der zweiten Liga. Diesmal haben wir auch keinen Titelverteidiger. Die B-Jugend ist jetzt auch in der zweiten... Ne, die A-Jugend war abgestiegen in die zweite Liga. Die B-Jugend ist aufgestiegen in die zweite Liga. Und die C-Jugend ist die einzige, die noch in der Bundesliga hier spielt. So, der Ritz, der muss erstmal eine Förderung hier kriegen. So. Gucken wir mal, ob wir immer noch das Maß der Dinge sind, stärketechnisch. Ja, sind wir dahinter. FC Bayern und Rostock. Ja, die Rostocker sind nachhaltig stark geblieben. Kann man nicht über alle meine Ex-Klubs behaupten. Uerdingen ist ziemlich abgeschmiert. Sie sind aber die stärkste Mannschaft der Regionalliga Nord. Kann man ja auch mal einmal gucken, wer da jetzt noch so spielt in Uerdingen. Ob ich da jetzt überhaupt noch wen kenne. Und ob der Kader immer noch so winzig... Ne, jetzt haben sie auch ordentlich zugelegt. Sind das jetzt die ganzen Jugendspieler oder was? Jetzt haben sie auf einmal einen Riesenkader hier. Vor kurzem hatten sie 10 Spieler, jetzt haben sie 30 Spieler. Sind das denn jetzt Leute aus der Schulz-Jugend? Der Schwäbe ist noch da. Aus der Jugend. Das sind jetzt offenbar doch... Der Fleck kommt aus der Jugend von Uerdingen. Das ist schon mal schön. Auch ein guter Name. Ah, jetzt kommen sie doch alle aus der Jugend. Der Quilaita, ja, kommt auch aus der Jugend von Uerdingen. Der Sabic kommt auch aus der Jugend von Uerdingen. Ja, da kommen ja doch einige. Aber vielleicht zu früh war ich etwas voreilig. Der Dumitrescu kommt auch aus der Jugend von Uerdingen. Also sie setzen auf die Jugend. Das ist dann auch sehr interessant. Das werde ich dann mit großem Interesse verfolgen, was die hier so machen. Die Jugend, die ich ja auch hier mitgefallen habe. Lapa Dula kommt auch aus der Jugend. Jetzt hier ist doch einiges an Eigengewächsen hier beim KFC Uerdingen. Sinani spielt auch immer noch da. Schwäbe spielt noch da. Ansonsten kenne ich... Doch, Worsniak ist auch immer noch da. Der Worsniak in der dritten Liga. Das ist ja auch Perle vor die Säue, würde ich schon fast sagen. Rukavica und Inla sind auch noch da. Ja, lang ist her. Der Freund Kammermann scheint im Ruhestand zu sein. Sanka Ballas ist auch noch da. Auch gute Namen hier. Schnabel und Schmidt. Costa. Jetzt haben sie aber einen gigantischen Kader hier. Ja, die werden alle bald bei Griechenland eingebürgert. Und meine Damen und Herren, Griechenland ist das Motto. Beim nächsten Mal werden wir sehen, ob wir in der Champions League dabei sind. Hin- und Rückspiel gegen Thessaloniki findet beides innerhalb von sieben Tagen statt. Am 6. August das Hinspiel in Thessaloniki. Am 13. August das Rückspiel in Dortmund. Dazwischen haben wir nochmal Liga-Pokal gegen Augsburg. Da wollen wir auch nochmal ein paar Millionchen verdienen. Und vielleicht auch einfach mal den Liga-Pokal holen. Und dann, ja, entweder beim nächsten oder vielleicht auch beim übernächsten Mal, dann der Saisonstart in der Bundesliga mitspielen gegen Freiburg und Rostock. Wir wissen es, die Rostocker sind stark. Und dann auch DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Also beim nächsten Mal werde ich Ihnen wahrscheinlich die Champions League-Quali und den Liga-Pokal präsentieren. Und ja, Vertragsverhandlungen haben wir auch noch anstehen. Maximo Bitsch wird umworben. Jetzt hat sich ein Leihgeschäft hier schon gefunden. Sonst, ja, wir müssen vielleicht auch mal den Rasen noch ein bisschen pflegen. Da kann ich auch selber Hand anlegen. Ich bin ja hier das Mädchen für alles. So, die Daniela und ich, wir könnten uns ja auch eigentlich mal ein Haus kaufen in Dortmund. Oder ich könnte weiterhin BVB-Aktien kaufen. Da ist doch wahrscheinlich wieder einiges zu haben hier. Wie viel werden denn da immer angeboten? Ich könnte noch mal für über 600.000 Euro Aktien kaufen. Das mache ich vielleicht beim nächsten Mal. Ich sehe Sie dann beim nächsten Mal. Und dann wollen wir in die Champions League einziehen. Lassen Sie gerne ein Abo, einen Kommentar oder dergleichen da. Und drücken Sie uns die Daumen. Ich sehe Sie dann. Tschüss, machen Sie es gut. Ihr alter Grieche, Ottmar Reakles.